Ja natürlich, das war in der Bewegung da zum Sägen, da ist er, da ist er probiert mit dem Oberkörper noch ein bisschen nach oben zu gehen und jetzt hat er selber schon geschrien, ist er jetzt weg, das muss ich immer sagen. Man hat einfach gemerkt, es ist ja nicht nur der Oberschenkel, der dann völlig angeschlagen ist, es fährt dir die Übersäuerung, dieses Laktat so ein in den ganzen Körper und du hast keine Spannung mehr.